Das Spezielle für dieses Festival ist, dass wir internationale und Swiss-Companies zusammenkommen. Wir kommen zusammen und ein Festival und zeigen, was ist zeitgenössischer Tanz heute, welches für ein junges Publikum konzipiert ist. Wir suchen den Tanz als indisziplinäre Kunstformen zu zeigen, was eigentlich heutzutage ein Tanz ist. Musik Habt ihr gehört, sie kommt heute Nachmittag von drei Minuten? Glaubst du, das fällt mir nicht? Sie will ihm von drei Minuten rufen. Sie traut sich doch nicht. Das hätte ich gesagt. Die einfachste, für mich immer noch effizienteste Kulturvermittlung ist, die Kinder kommen mit der Klasse, ob sie wollen oder nicht. Sie werden hineingeworfen in diese Welt des Tanzes, der Musik, der Kunst, werden vielleicht überrumpelt und vergessen nie mehr, was sie gesehen haben. Wir hoffen natürlich auch, dass die Lehrer, die Schulen natürlich, wenn sie kommen, inspiriert werden. Auch im Unterricht, das einfließen zu lassen. Diese Momente, diese Magie, diese Energie des Tanzes. Wir holen sie doch mal miteinander. Wir haben keinen Ball. Wir stehen hier. Dann streut. Stille, streut sich das. Man kann die Achseない, dann streut sich das gleich wieder. In der Zeit, dann streut sich die Macht und das gleich wieder. Super! Sie wollen nicht helfen, sie ist allein. Sieht gut aus, ein bisschen stauber! Hallo! Sieht doch mit uns! Das Ziel ist, dass wir professionelle Kunst für die Lokalen zeigen. Aber auch, dass wir Austrahlen in der ganzen Schweiz wollen. Wir haben gemerkt, dass es Bedarf für die Plattform für Zeitgenössische Tanz, für ein junges Publikum gibt. Das ist uns auch extrem wichtig, zu inspirieren, eigenes zu schaffen, mit wenig oder mit viel, mit bestehendem oder selber zu erfinden.